Hallo liebe Leute, heute machen wir eine leckere kleine Schweinerei und zwar Bratwürste vom Smoker oder Bratwurst-Rauchgerät Ganz easy, wer das Privileg hat einen Smoker zu haben Einfach Bratwurst und einfach drauf Klappe zu, Affe tot Last eine Stunde im Rauch und danach gibt es eine schöne Leckerei Da sind wir wieder, unsere kleine Schweinerei ist fertig Unser geräucherten Bratwürste So sehen die guten aus War jetzt ein Stündchen drin Einmal auf Einmal Luggi Zeig mal her Das sind durch Gleich mal ein Stück probieren Einmal kurz die Fresse verbrennen Don't try this at home 1A Leute, nachmachen empfohlen